Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr wollt wissen, was wir hier veranstaltet haben, was wir hier alles eingebaut haben, in den Kastenwagen, was alles möglich ist, wie wir was verbauen, ohne dass man es danach sieht, ohne dass es danach auffällt und der Kunde einfach nur eine ganze Ecke mehr Autarkie zur Verfügung hat. Dann einfach dranbleiben und schaut euch dieses Video an. Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dingesbühl, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein paar Kleinigkeiten vorbereitet, sprich einen Kastenwagen, den wir komplett umgebaut haben und den würde ich euch natürlich gerne näher bringen. Wir haben natürlich wieder ausschließlich WCS-Geräte verbaut. Da möchte ich nochmal an einem Punkt kurz einhaken, WCS-Geräte mit unserer Garantieleistung, weil es ist eine Kleinigkeit gewesen, ein Kunde kam letztendlich und hat WCS-Ausstattung gehabt, von von bis hinten, von oben bis unten und der neue Ladebooster LBR60 hat ein bisschen gemuckt. Also er hat nicht das gemacht, was er machen sollte, kann mal passieren. Also die Ausfallquote ist da wirklich 0,0001 Prozent, aber da hat es halt einfach mal hingekaut und da war halt einfach mal was. und dann habe ich den ausgelesen und ein kurzes Telefonat geführt mit dem Götz und die Quinsessenz war natürlich sofort austauschen. Ich habe eine Fehlermeldung gesagt, das Ding wurde sofort ausgetauscht und jetzt kommt ja eigentlich das Phänomenale. Also zu dem Zeitpunkt, wo dann entschieden wird, dass es ausgetauscht wird, habe ich binnen, ich will nicht sagen 8 Stunden, aber am nächsten Tag das Ersatzgerät schon wieder hier. Ich konnte natürlich sofort helfen, weil ich habe ja immer Booster auf Lager, aber auch die Firma WCS ist dann so, dass sie sofort reagiert und in einer Geschwindigkeit, dass du, ich nenne es jetzt einfach mal, binnen 24 Stunden sofort die Ersatzgeräte wieder hier im Haus hast und ich auf keinerlei Kosten sitzen bleibe, ich dementsprechend den Kunden sofort helfen konnte und das ist schon echt ein geiler Service. Und ich glaube, man muss da wirklich weit, weit laufen, dass man so einen Service kriegt, weil, wie sie alle heißen, die ganzen großen Mitbewerber, die schon lange auf dem Markt sind, tut mir leid, nicht im Ansatz und da hilft es auch gar nicht, wenn man seine Garantie von 5 auf 7 Jahre hochschraubt, wenn man nicht einmal die 5 Jahre fair abarbeitet und dementsprechend ordentliche Garantie gibt, geschweige denn jetzt 7, was soll sie da verändern? Ganz im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer werden. Das ist was, wo ich dann schon sage, wow, das muss heute im 21. Jahrhundert nicht mehr sein. Ich denke, man kann anders arbeiten und das sieht man eben auch an so einer Firma, wie die Firma WCS ist, kurioserweise schaffen die es komplett anders zu arbeiten, ohne dass der Händler auf Kosten sitzen bleibt, ohne dass der Händler in die Tasche langen muss, sondern da wird einem geholfen, da wird miteinander geschafft und dann der Kunde ist Priorität, der Kunde zählt und der soll den bestmöglichsten Service kriegen. Und da muss ich schon sagen, ist das einfach eine tolle Nummer. Das nur nochmals bemerkt, weil ich oft immer angesprochen war, warum ich mich so auf WCS fokussiert habe, das ist halt einfach einer meiner Hauptgründe, weil ich einfach euch, den Kunden, einen ganz anderen Service bieten kann. Denn wenn irgendwas mit einem WCS-Gerät ist, herkommen, wird sofort ausgetauscht, wird sofort repariert, wird sofort behandelt, keine Wartezeiten, kein Ausbauen, einschicken, wochenlang warten bis zu 18 Wochen, was ich da schon alles erlebt habe, katastrophal, da ist der Sommerurlaub rum und das ist halt phänomenal. Und da muss ich halt wirklich sagen, das ist der Grund, der Hauptgrund und natürlich auch, weil es tolle Produkte sind, weil die Menschen auch dort tolle sind und weil alles super funktioniert. Aber da muss man schon sagen, das hat schon sein Gerüst, sein Hintergrund, warum das alles so ist bei WCS, wie es denn tatsächlich ist. Und da muss ich sagen, Daumen hoch, das ist schon richtig geil, dieser Service. So, jetzt aber zu unserem Kastenwagen zurück, weil der hat echt eine phänomenale Ausstattung gekriegt. Also von Ladebooster, Wechselrichter, Kombi, Maxven Solaranlage, LTE, DAB-Antenne, Steckdosen und, 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 und. Soundsystem, Balava und noch viel mehr. Und da gehen wir jetzt mal hin, weil Kastenwagen ist halt schon immer diffizil. Da muss man immer die richtigen Einbauorte bestimmen. Da muss man immer gucken, wo macht man was hin. Und das ist natürlich schon Nummer. Dann schauen wir uns noch einen Hümer an. Der kriegt eine neue Heizung, der kriegt auch Maxven und hat eine tolle Toilette bekommen. Auch den schauen wir uns an. Wir haben natürlich viel, viel mehr noch hier am Hof stehen. Aktuell sind es immer so um die in der Woche vier, fünf Autos, sechs Autos, wo wir da bearbeiten. Ich komme nicht immer regelmäßig dazu mit dem Video. Ich muss mir das jetzt wirklich auf die Agenda schreiben. Auch wird demnächst mal ein Video von unserer gesamten Belegschaft folgen, was wir denn im Tagesablauf alles so machen. Das interessiert euch bestimmt auch. Das ist eine tolle Geschichte. Und auch da werden wir demnächst mal ein tolles Video darüber machen. Genauso wie über unseren Solartest, das jetzt in Kürze dementsprechend folgt. Ich habe schon angefangen mit der Aufarbeitung und auch das wird kommen. Also, jetzt genug beladert, ab in die Werkstatt und auf geht's zur Technik. Ja, hier stehen wir jetzt vor dem Kastenwagen in unserer Werkstatt. Was hier mir gerade auffällt, sind hier die süßen Campingregeln. Campingregeln. Glücklich aufwachen, von Stress erholen, Mittagsschlaf machen, Zeit mit Freunden verbringen, abends grillen, am Feuer sitzen und glücklich einschlafen. Es ist jetzt doch süß. Also, das finde ich mal richtig geil. Ja, gute Idee. Und das ist, was Camping ausmacht. Also, echt klasse. Das Fahrzeug kriegt hier nahezu einen Komplettumbau. Komplettumbau heißt, hier bauen wir richtig heftig viel ein. Hier sehen wir schon K-Booster von der Firma WCS. Haben wir hier eingebaut. Natürlich hier hinten dran lässt sich der immer gut verbauen. Dann wird der Taster nach außen gelegt, damit man dementsprechend auch die Notfunktion natürlich betätigen kann. Das machen wir dann hier auf der Seite. Das zeige ich euch gleich. Da rechts bauen wir den hin, auf die Blende hier. Gleichzeitig sind da drin zweimal Lithium-Batterie. Die Icepacks, glaube ich, sind hier verbaut. Zweimal 155 Amperestunden. Schauen wir nochmal nach, ob das auch wirklich so ist. Und dann kriegt der noch alles Mögliche. Haben wir hier gemacht. Ja, genau. Zweimal 155. Das heißt, der hat 310 Amperestunden unterm Sitz. Also, das ist auch richtig, ja, schon eine fette Kapazität. Die stehen hier drunter. Hier haben wir auch den Hauptschalter. Das sehen wir hier. Und links neben dem Hauptschalter haben wir den Taster. Das ist der Rapid-Taster. Falls die Startup-Batterie mal schwächelt, dann kann man hier nochmal draufdrücken, um dass er dann etliche Ampere mehr nach vorne schiebt, und man das Auto nicht überbrücken muss. Dann geht es weiter mit hier auf der Seite der ganzen Verteilung. Also, ihr seht schon, das ist ein bisschen komplex gewesen, weil wir hier den Werkzeugkasten wieder reinbringen haben müssen. Darum haben wir hier unten, ihr seht, da rausschauen, unsere Verteiler gesetzt. Einmal Masseverteiler, einmal Plusverteiler. Hier die ganzen Sicherungen gesetzt. Weil wir haben hier die Kombi reingebaut, unter der Denette. Natürlich haben wir hier nur ein sauberes Lüftungsgitter eingeschnitten, damit dann entsprechend die Kombi auch hier rausblasen kann. Also, das ist auch richtig clever. An die Sicherungen, keine Angst, für die Skeptiker kommt man noch ran. Man kann hier schön reinlangen, um die Sicherungen zu bedienen. Auch den zusätzlichen FI, wo wir verbaut haben für den Wechselrichter, lässt sich alles sauber ordentlich bedienen. Überhaupt kein Problem. Und er kriegt da sauber Luft. Hier kann er die Abwärme loswerden. Also, das ist echt geschickt. Schaut richtig klasse aus. Dann haben wir auf der Seite unterm Sitz, hier drüben, sehen wir den Solaregler verbaut. Weil hier haben wir nur Solaranlage aufs Dach gebaut. Da schauen wir dann gleich mal hoch. was wir da gemacht haben. Ja, hier sehen wir die Solaranlage, wo wir verbaut haben. Also, zweimal 130 Watt Peak, sauber schön draufgeklatscht. Da hinten haben wir dann den Kabeldurchlass gemacht, auf der Seite. Dann haben wir hier noch eine THB-Antenne verbaut. Dann ist hier noch eine LTE-Antenne verbaut worden. Also, ihr seht, haben wir richtig schön bestückt, damit auch hier der Autarkie und der Empfang natürlich gerade bei LTE und DAB gewährleistet ist. Und natürlich Solaranlage, damit die Akkus auch schön voll waren und immer schön geladen werden. Ich finde es richtig gelungen, muss ich wirklich sagen. Jetzt schauen wir, dass wir hier vorne am Hege, will der Kunde noch einen Spoiler haben, weil welcher die Windgeräusche. Jetzt schauen wir, dass wir hier noch einen Spoiler hinkriegen. Das ist nur eine kleine zusätzliche Geschichte gewesen. Drum haben wir auch die Platten längs verbaut, weil hier haben wir dann schon die Spoiler. Dann hält es sich mit den Windgeräuschen einfach ein bisschen begrenzt. Also, richtig schick. Dann sind wir hier kurz im Vorderraum. Da ist was drin, was wir jetzt natürlich nicht sehen. Wir haben beim Fiat TUC 8 hier das Soundsystem verbessert. Wir haben einmal Lautsprechersystem, Höhen- und Mitteltöner und Höhen- und Subwoofer verbaut. Und dementsprechend natürlich mit den ganzen Verstärkern, damit hier der Alpine, der hier verbaut ist, seine Leistung auch dementsprechend raushauen kann und richtig gut Musik machen kann. Also, das haben wir auch gemacht, weil leider Gottes die Original-Lautsprecher halt immer ein bisschen schlecht sind. Wir sind natürlich keine Hi-Fi-Spezialisten. Oh, ich muss kurz unterbrechen. Hier einmal auf den Booster geleuchtet. Der ist grün. Ihr seht's. Das heißt, jetzt findet gerade die Rückladung statt. Er hat die Starter-Batterie überwacht. Jetzt brennt das grüne Licht, bis die Starter-Batterie wieder dementsprechend aktuell ist. Zack, Starter-Batterie hat wieder die gewünschte Voltzahl und aus ist er. Also, echt eine tolle Sache. Das nochmal kurz zum Booster. Jetzt nochmal zurück zur Soundanlage. Wir sind natürlich keine Sound-Experten. Da tun wir uns auch ein bisschen schwer. Aber es gibt so gewisse Plug-and-Play-Systeme, wo man einfach den Sound ein bisschen verbessern kann. Also, es ist schon hörbar. Es ist auch fühlbar. Für relativ gutes Geld kriegt man meiner Meinung nach schon ein bisschen einen Klang hin, wo nicht mehr ganz so lieferfahrzeugmäßig ist. Also, das ist schon eine tolle Sache. Ja, dann gucken wir nochmal kurz in den Innenraum, weil da haben wir auch was Besonderes. Nämlich kriegt der Kunde hier eine Toilette, die Bio-Toy. Das ist hier ein bisschen eckt. Die wird hier reingebaut. Da sind wir noch am Anpassen. Da muss ein bisschen was geändert werden, weil das natürlich ein Schwenkbad ist. Das werden wir am Montag gar fertig vollziehen, damit auch hier dann dementsprechend alles ordentlich funktioniert und die Sitzposition dann dementsprechend eingestellt ist. Und dann haben wir noch diverse Steckdosen verlegt, die der Kunde wollte. nach hinten noch Steckdosen gelegt und so weiter. Also, es ist schon echt ein richtig fetter Umbau. Also, man muss sagen, man sieht es ja hier. Also, warte mal. Zipp. Also, da steht ein bisschen was drauf, was hier alles verbaut worden ist. Von Solareglern bis hin zur DAB-Antenne, Zyklen, habe ich alles erzählt. Subwoofer und so weiter. Also, das ist schon richtig, richtig was drauf. Und dann kommen eben nur ein paar Kleinigkeiten, wie die Steckdosen da hinten. Den Maxven haben wir auch installiert. Den haben wir von oben kurz gesehen. Also, in einem Kastenwagen, muss ich schon dazu sagen, ist das schon echt alles eine Hausnummer, weil man hier halt platztechnisch einfach sehr stark begrenzt ist. Also, wenn ich überlege, hier mit der Kombi da drin, bis man dann die ganzen Kabel da durch hat. Wir müssen ja richtig fette Kabel einmal quer da durchlegen. Richtige Sicherungen hernehmen und das alles richtig absichern. Die fetten Kabel durchziehen. Das ist schon eine Nummer. Und ja, macht Spaß. Immer wieder eine schöne Herausforderung. Und am Schluss ist für uns immer das Schönste, wenn dann der Kunde ein Strahlen im Gesicht hat, weil es ihm gefällt, weil er zufrieden ist, weil man nichts mehr sieht. Und das ist eigentlich für mich immer die größte Herausforderung, wenn man solche Fahrzeuge bauen mit so viel Technik auf so engen Raum, dass aber dennoch der Kunde, wenn er das Fahrzeug abholt, eigentlich gar nicht merkt, dass man da drin war, weil man nichts sieht. Und das finde ich dann schon richtig klasse. Also, ich habe ja schon Einbauten gesehen, wo die Wechselrichter einfach da hinten draufklatscht werden. Und fürchterlich, also schaut optisch nicht schön aus und ich glaube auch nicht wirklich, dass es gut funktionell ist. Aber da sind wir dann schon wirklich immer glücklich, wenn der Kunde strahlt und sieht, wow, so kann das also auch funktionieren, dass man einfach nichts mehr sieht. Ja, jetzt schauen wir noch kurz zu einem anderen Fahrzeug, wo ich angekündigt habe, weil da habe ich noch eine kleine Geschichte, die wir machen und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Jetzt sind wir hier in einem wunderschönen Mercedes-Hymer und tolles Fahrzeug. Was sehen wir hier? Dass wir die Gläsaner angepasst haben. Von einer Banktoilette haben wir die C1 hier reingebaut. Richtig schick, richtig toll. Also, finde ich richtig geil, ist gut geworden und schaut echt komfortabel aus. Gläsaner ist einfach eine tolle Geschichte. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich gehe jetzt gar nicht mehr so ins Detail ein, haben wir ja schon genug Videos gemacht. Warum, wieso, weshalb ist sie halt einfach immer wieder eine Toilette, die echte Alternative. Es sind auch viele Kunden und Reaktionen schon von der CMT kommen. Ich habe gestern oder vorgestern waren erst wieder Kunden da, direkt von der Stuttgarter Messe hierher gefahren, um sich dann, um die Gläsaner nochmal zeigen zu lassen. Da haben wir dann auch gleich den Einbautermin vereinbart. Also, es ist schon eine Toilette, wo ich sage, wow, die hat wirklich Sinn. Jetzt schauen wir hier nochmal kurz rein. Da sehen wir nämlich ein bisschen, dass wir nichts mehr sehen. Hier war mal eine Heizung drin. Auch das hat sich hier verändert. Die ist raus. Hier kommt nämlich eine Dieselheizung rein, die D6. Vorher war eine Gasheizung drin. Die haben wir schon rausgebaut. Jetzt machen wir eine Dieselheizung rein, damit das Ganze dann dementsprechend autarker funktioniert. Dann kriegt der Kunde auch etliche Steckdosen noch dazu, überall verteilt. Also, das ist auch eine tolle Geschichte. Hier haben wir schon eine verbaut. 230 Volt Steckdose. Und da kommen noch einige dazu. Also, das ist ein richtig toller Umbau. Dann kriegt er noch von der Firma DWDES eine Wasserdesinfektion. Das ist eine UVC-Bestrahlung. UV-Bestrahlung, eine tolle Geschichte. Habe ich ja auch in meinem Fahrzeug verbaut. Habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Es ist wirklich der Hammer, weil ohne Chemie wird die Keimzahl im Wasser nach unten gedrückt. Zu 99,9 Prozent reines Wasser, keim- und bakterienfrei. Und es funktioniert wirklich tadellos. Also, die Systeme hier verbauen wir richtig oft. Macht für mich auch richtig Sinn, vor allen Dingen in dem System, weil das einfach durchdacht ist. Durchdacht, funktionell und nicht störungsanfällig. Ist echt eine tolle Geschichte. Und man kann sich halt einfach sicher sein, man hat immer sauberes, klares Wasser an Bord. Wo, ja, meiner Meinung nach heutzutage schon wichtig ist. Gerade im Sommer, wenn man in den südlichen Ländern vorbei rumfährt, wo Griechenland und so weiter, wo das Wasser halt nicht immer so astrein ist wie bei uns, kann man hier natürlich schon viel, viel bewerkstelligen mit so einer Einheit. Und viel Gutes tun, ohne dass einem selber dann was zustößt, passiert oder dass man da dann ein Problem hat. Ja, das ist ja von außen. Also, ein richtig schönes Auto, muss man wirklich sagen. Hier haben wir die alte Tromaling, wo dann ausgebaut wurde, und die Banktoilette. Da muss man dann gucken, die nimmt der Kunde wieder mit und kann die dann auch privat veräußern. Ist aber eine tolle Geschichte. Kriegt man eigentlich relativ gut los, ohne dass man lang warten muss. Ist ein bisschen diffizil hier der Ausbau gewesen, weil das ist, ja, ist ein bisschen Hymer-like. Da kommt man schlecht dran, aber machbar ist alles. Und ich finde halt einfach, mit Diesel ist halt einfach schon eine andere Nummer. Also, mit Diesel warm Wasser zu machen und gleichzeitig zu heizen, vollwertig, habe ich auch in meinem Fahrzeug den Umbau vorgenommen. Und ich muss sagen, es ist schon richtig geil. Man ist halt einfach viel entspannter, man muss auf nichts mehr gucken. und macht echt richtig fett Laune. Also, ja, das Gasflaschengewechsel weg, da braucht man bloß noch ein bisschen Gas fürs Kochen und eventuell für den Kühlschrank, wenn man keinen Kompressorkühlschrank hat. Das ist dann schon, ja, finde ich, eine coole Nummer. Ja, das war's. Das wollte ich euch zeigen. Tolle Autos, tolle Umbauten. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht einmal alles zeigen, weil tagsüber hier das Geschäft immer so groß ist. Ich habe jeden Tag Beratungen und dann muss ich viel im Büro machen und Bestellungen machen und, und, und. Also, es ist wirklich irre viel los, was unheimlich schön ist. Und dafür danke ich euch auch alle. Nur, ich schaffe es dann meistens nicht immer so rechtzeitig, die Videos zu machen. Aber ich gelobe wirklich Besserung. Jedenfalls, das waren tolle Umbautenwitter, finde ich. Also, tolle Geschichten. Die sind ja noch nicht ganz abgeschlossen, aber die werden jetzt bald fertig waren. Das sind schon richtig tolle Sachen. Draußen stehen schon wieder eins, zwei, drei Autos für nächste Woche. Ein Tournee, den wir ausliefern, den filme ich speziell. Da mache ich am Montag oder Dienstag ein Video drüber, weil ich da nochmal auf Tournee eingehen möchte. Tolle Geschichte. Oh, und das war's eigentlich schon wieder aus Dingesbühl. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt ihr nur die Abo-Taste. Das ist natürlich voll geil. Dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ich irgend so einen Scheiß erzähle. Und ich sage an der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße nach Stuttgart an all die YouTuber, die sich da die Socken heiß rennen. Und die ganzen Neuheiten einzufangen, auch da reinschalten. Es lohnt sich. Es sind immer tolle Videos dabei. Von Sascha, wir sind Kemper, von Markus, Fan4Van und auch von Kemper Tobi, die sich da wirklich die Socken heiß laufen. Und ja, sollte man nicht verpassen. So kann man auch aus der Pfanne die Messe gut verfolgen. Und die Jungs machen da echt einen coolen Job. Ich bin leider dieses Jahr nicht auf der Messe. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe hier so viel zu tun. Dafür war meine Frau auf der Messe, hat sich das Ganze angeschaut, hat mal auf Instagram gesehen, haben so ein paar Bilder geschossen und haben natürlich die ganzen Partner von uns besucht, um da mal kurz zu reden, sich vorstellig zu werden und ein paar Dinge zu bequatschen. Und ja, das war es dann eigentlich. Und dann werden wir auf alle Fälle wieder nach Düsseldorf fahren. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt müssen wir erst mal noch ein bisschen was in unserer Werkstatt machen. Also, ich danke euch, wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitmacht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, euer Michael. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du kannst, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.